hallo und herzlich willkommen zur 16 folge unseres let's play automation empire ja also hier das funktioniert hervorragend wenn ich das so sagen darf mit jedem durchgang mit jedem zweiten durchgang ja mit jedem durchgang auf jeden fall ein wagen und alles was da noch über ist das schmeißt er dann im grunde auf dennoch drauf das heißt bei jedem zweiten durchgang wird der dann voll bei gold funktioniert zum augenblick oder gold ernst funktioniert zum augenblick nicht mehr so gut aus dem ganz einfachen grund weil ja warum weil der nachschub fehlt ich denke mal das könnten wir auf zwei verringern hat jetzt gerade zwei mitgenommen die packt da hinten auf den ersten riesen umweg der voll ist der da hinten voll ist und weg fährt sollten wir kurz das spiel pausieren und die eine bucht wegnehmen dann würde es auch sinn machen das ganze auf die andere seite zu drehen aber dann direkt von hier nach daran können dieses stück ziehen wir hier lang und von hier gehen wir direkt hier rüber so dann pausieren wir mal ok 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 amount So. Okay, das verbinden wir jetzt mit dem. Und das geht schon mal hier hin. Dann lassen wir wieder ein Stück weiter laufen. Okay, dann hätte ich mir die und selber doch sparen können. Weil die einfach den Zug löschen können. Das war jetzt nicht so schön. So, wir haben zweimal 6, 12. So. 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 Gut zu wissen, also wenn man eine Bucht löscht, muss man darauf achten, dass man die Straße hinterher neu baut. Okay So, jetzt sind sie beide voll Und das Ding ist auch voll Oder da ist auch alles voll Die Frage ist Wenn die jetzt rausfahren Ob die beim nächsten Rutsch Dann die anderen auch gleich wieder mit voll werden Glaube ich eher nicht Aber egal Okay Okay Das lag jetzt aber daran Dass der zu langsam war Ja Das ist das was ich meinte Der Zug ist zu langsam Den sollten wir Ganz einfach mal beschleunigen Dazu Reißen wir hier ab Jetzt können wir das und mir alles wegnehmen hier so und jetzt kommt so 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 und jetzt sollte er ein bisschen schneller fahren und mal gucken wenn er dann auch noch voll wird hier hinten insgesamt dreimal habe ich meine zweifel der kommt hier komplett voll zurück also wir sollten dann eventuell doch mal darüber nachdenken den hier enden zu lassen und das bei dem hier mit zu nehmen so 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 das war kohle ich hatte gesagt hier wollte ich kohle so so wir haben ja jetzt den kombinator wenn ich das richtig sehe wo ist denn der da dann sollten wir doch vielleicht mal mit stahl anfangen denn das brauchten wir für irgendwas und ich hatte ja schon gesagt ich wollte stahlproduktion hier oben machen das heißt wir sitzen hier einmal zwei mal drei mal und 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Bye. Jetzt bauen wir eine schöne große Halle. Maximale Größe mehr geht nicht okay macht aber nichts weil wir bauen jetzt das, 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 das und das hieran brauchen wir wieder Maschinen So, dann bauen wir Hier eine Tür rein So Und dann setzen wir hier eine Tür rein So Und so Gut Dann können wir im Grunde schon mal anfangen die Stromversorgung aufzubauen Oder auch komplett zusammenbrechen zu lassen So Jetzt kann er die schon mal voll machen da Und wir fangen wieder hier an mit Absaugen Einmal Zweimal Dreimal Viermal Und wir machen das wieder mit diesen Einmal Einmal Zweimal Dreimal Einmal Zweimal Dreimal Viermal Vier 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 Förderband einzenn Zwei Zwei Vier Zwei Drei Vier 5 6 7 8 so 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 Ja. das gleiche machen wir hier oben auch noch mal 1234 so dann geht es weiter mit einmal zweimal dreimal und 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 da bin ich ein bisschen zu dicht dran also machen wir nach da weiter so einmal zweimal dreimal vier mal so 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 So, das heißt. So. Dann kommen wieder diese hier. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und auch wieder am Ende die Ladestation. Gut, jetzt haben wir. Die Teile. Die kommen von den Seiten. Von beiden Seiten und gehen nach vorne raus. Das heißt, da müssen wir ein bisschen Platz haben. Wie viele? Wieder eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Also ungefähr hier mittig. Acht plus eins und plus zwei sind sogar neun. Also eins, zwei, drei, vier komplette Abstände. Eins, zwei, drei, vier. Ah, hier habe ich ja zu viel gelassen. Vier, fünf, sechs, sieben. Okay. Also fangen wir hier an. Dann reißen die anderen nochmal ab. zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Acht. Okay. Okay. Dann passen wir halt nur, weiß ich nicht. Doch, passen treu hin. Die Frage ist, ob ich dann nochmal rund komme. Ähm. Entladen. Entladen. Ach nee, Moment mal, das ist ja, geht so nicht, war ein Denkfehler. Muss ich anders machen. Ich muss bei diesen Dingern Rohr anschließen. Das heißt, ich fange mal ziemlich dicht hier an. So. Dann kommt ein Verbinder, dann kommt ein Tank, dann kommt ein Verbinder. Und dann kommt das hier. So. Das heißt, es sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. So. Und da will ich am Anschluss drei oder zwei reichen. So. Und das Ganze habe ich jetzt so weit darüber gesetzt, weil ich will ja hier, nee, es könnte gerade passen. so. 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 das da so hin so und das bauen wir jetzt dicht an dicht so wie wir hinkriegen aber das sehen wir in der nächsten folge schön dass ihr da wart mich würde es freuen wenn er beim nächsten mal wieder mit dabei sagt lässt daumen da einen kommentar vergesst es aber nicht bis dann tschüss